Ich schaffe das, ein bisschen Druck, auch wenn es das Bum, der Blütsche sieht das so, Bum, dass man so ein bisschen, Bum, Bum, sehr flexibel. Ich bin richtig klar hin, guck mal, ich bin drin, drin, Bum, ich mache, zack, raus, Bum, nach rein, Bum, raus, Bum, nach vorne, reichen, guck mal, er will, Druck, Bum, wir sind hier, Büsche, äh, Capture. Auch wenn ihr schafft mit Leiden, ich mache das 1, 2, das ist ein sehr unangenehmes Programm, aber das ist das meiste, was draußen passiert. Wenn jemand versucht, wirklich mit dem Spitzkasten, nicht nur zu Boden, sondern quasi dich zu werfen, wenn du nach vorne gezogen wirst, du kannst nicht hier stehen bleiben, du wirst, drück weiter, dahin, und hier gehst du mit, ja, bis dahin, und unten, Puff, unter Schlag, Büsche, Bum, okay, Puff, und mit, mitgehen, okay? Wie gesagt, genie, möglicherweise bist du so, nächstes Schritt. Ich habe zu Boden, ich falle hin, Bum, richte mich so raus, dass ich hier, wie jetzt gestrackt, darüber, bam, in dem Bein, halt mal, ich mache es locker, komm mal hier, siehst du den Schloss, den öffne ich aus dem Bein, klack, das klack, eröffnet, jetzt kommt hier, ich drücke ihn weiter und bleib hier an, Bum, bum, vorne, Bum, mitgehen, quacks, mich ausrichten, Stoß, das Bein drücken, Schloss knacken, Bum, und dann, bitte, 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 bitte.